So, Traudl, erzähl mal, was du jetzt machst. Ah, Party-Reste einfrieren. Ja, manchmal bleiben nach einer Party noch ein paar Reste übrig. Und wenn Traudl eine Party gibt, bleiben sogar jede Menge übrig. Aber das meiste davon kann man später ja noch mal verwenden, wenn man es im Kühlschrank aufbewahrt. Traudl, was kommt denn als erstes nun hinein? Die Wassermelone. Ah, die Wassermelone. Na, dann leg sie mal in den Kühlschrank. Äh, ja, vielleicht nimmst du erst was anderes. So, und erzähl doch mal, Traudl, worauf sollte man beim Einfrieren denn so achten? Ah, ja, dass alles schön eingewickelt ist und dass man es auch beschriftet. Ja. Und was ist nun das Wichtigste? Ah, ja, dass der Kühlschrank... Nicht so lange aufbleibt. Wird doch scheiß kalt hier. Ah, ja, ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020